mein kopf zu viel alkohol leute ist gerade eine folge verloren gegangen schrecklich land und ich habe einen neuen freund von uns gefunden ein picker vielleicht können wir irgendwo aussetzen nachdem wir und mit rugs gesprochen haben nach dem kleinen nest aus dem kohlfurt kessel diese vögel können wohl überall listen oder ist er der wilde could never be tamed if only they could see us now okay jetzt hier und wir bitten wir all a little short on friends these days so that's a welcome sight weitere kumpel freunde wir haben jetzt den picker wir haben den klöchelgator wir haben den dampfstieren und wir haben eine kleine leichling leichling und wir haben ein feuerbalg und wir mussten der letzten folge viel abfackeln und was dann wo ich heimlich getan habe weil es aufnahmeprogramm nicht gestartet ist ist das nicht schön nein und nicht wirklich aber und wir haben etwas abgeschlossen die verlorene andenken entdeckung beschaffe die verlangte anzahl von andenken die in der landschaft verteilt sind vortritt 15 15 belohnung geld wir haben alles geschafft die kultur ist still life of old unwanted keepsake ausgezeichnet es gibt nur geld und sowas also wir haben jetzt nicht so die erforderung durch eine fundbüro was haben wir alles für spitzes was für kultes was übles was verkehrtes was böses was gemeines eine schlimme monade wir herstellen der gesundheit entsprechen 5 prozent des verursachten schaden das ist glaube ich dauerheilung oder so nicht wahr das ist interessant nicht wahr wir haben auch in der letzten folge sie einen brief gegeben beziehungsweise in der folge davor also in der richtigen folge sehen konntet und ich weiß nicht ob sie es angesehen hat so was können wir noch machen wir können den schreien erweitern und wir können das fundament erweitern das von einem memorial maybe fest wir haben mehr möglichkeiten bekommen wir haben mehr möglichkeiten bekommen die erfolge wurden auch bearbeitet während sie noch nicht verfügbar waren das ist schön es gibt nichts verloren ne vogel sehr schön gut dann geht es weiter wir brauchen noch eins bitte wir haben einen Becker mit einem Schaden an der Mount Zahn das ist ein Berg er verbirgt sich unter den Überresten eines Heiligenberges der einst einer reichen Tier- und Pflanzenwelt sich erfreut getan hatte nicht viel mehr auf der Mount Zahn es ist wie eine Kreise zwischen einem Zoo und einem Prison Break ok da fliegen wir jetzt hin nicht du hast du hast du hast du hast du hast aber du hast Ok, ich bin dann mal mit dem Gefild unterwegs. Da, Holz. Ich sehe ihn nicht mal. Miststück. Was geht hier nur vor sich? Ich sehe es nicht. Nein, noch nicht noch einer von denen. Nein. Nein. Oh, stopp. Gut für die Wäste, die die Klamidee schafft. Kein Feuer entfachen? Nein, kein Feuer entfachen. We only found their little layer because they found themselves a little sharp. Die Kreaturen des Wilds. Und sie haben eine Bastion von ihren eigenen. Aber sie sind noch nicht vorbereitet für eine Firma. Ja, ich denke, okay, wir haben das geschafft. Wie? Kann ich da runter? Ja. Das ist schon. Ich habe wieder was. Ich habe wieder was. Ich kann mich wieder heilen. Na, magst du ein bisschen rauskommen? Ähm, das war jetzt, ähm, nicht so gewollt. Ich muss dorthin, ich weiß es. Ja, so macht man natürlich, ohne den Schaden und Eindruck und so. Na komm raus. Hoch. Ähm, ich glaub, ich bin gefangen. Ich bin nicht auf dich angewiesen. Ich kann wieder gehen, weil ich möchte. Lalalala, das tue ich doch auch. Na. Die riesigen fette Viecher. Helfen durch Töten, das ist richtig. Und Rosal. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt sehr helfen sollte. Nicht beschleunigen, die dann auf keinen Fall. Schau mal so. Es sind sie oder wir. Aber wenn wir gewinnen, dann gewinnen sie auch. Das stimmt. Unsere Bastion ist alle. Nicht nur unsere. Schau mal so. Piu. 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 Ich werde ihn jetzt immer behalten. Ich werde ihn diese Mission behalten. Es braucht viel Überzeugung. Und unsere Wandern müssen das zu sprechen. Korrekt. Klappt doch. Man muss nur wollen. Deko 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 Das macht wirklich gut Schaden, aber man kann nur ganz mies damit ziehen Gut, oben ging das hinaus, weil ich gut ziehen konnte Sollte ich mal dieses Falschaden-Tonikum besorgen So kann ich mir bekomme Deko Kann ich auch Bitte Klappt doch Keine Hinterlassenschaften für mich Sie haben ihre Überzeugungen aufgeräumt, so wie wir haben Ah Das ist doof, ich kann immer nur schießen, sobald ein Schuss raus ist Gelandet ist Sie haben für Kurs und Schäden, so wie wir haben Du musst weg Ist das zerstörbar? Gibt das Geld? Gibt das Money für mich? Keine Money für mich Nein Nein Oh, das Kissen des Bösen Das ist ein Löffner, das ist ein Löffner, das ist ein Löffner Ja Oh, ich wollte ihn doch in die Luft sprengen Okay, jetzt sieht nur eine große Kampffläche aus und ich habe nur einen Mörser Das ist ein Löffner Das ist jetzt wirklich scheiße Auskürt Bewegung, Bewegung Du brauchst nicht mit all diesen Dingen Du musst nicht mit all diesen Dingen Geh so viel wie weg hier Er hat es gemacht, was es best für ihn ist, nicht zu worry Nicht zu worry Nicht zu worry Besuchst das Funtoro für Zeug Wir werden alle besser aus sein, wenn die Bastion fertig ist Langsam wächst Vorhaut in meinem Gesicht Ach, Grammophon? Frag's hier nach dem Plattenspieler, der auf dem Sandberg gefunden wurde Weißt du, wie er funktioniert? Ich dachte, er wollte dir gefallen Wir haben das Ding richtig gemacht, nicht wahr? Wir haben es ein bisschen lebendiger gemacht Musik für uns Ah, ich kann ihn durch die Musik beschalten Schön Das ist aber ein bisschen... Ja, Duffstab Ich mag einen Duffstab Er rockst Können wir den hier spielen lassen? Es werde sich wohl kaum... Wenn sie wohl kaum auf ihren Nachbarn beschweren Ich glaube, es ist wahr, dass ein kleiner Song Dinge Dinge in Perspektive stellen können Gut Das Monument wird besser Zolf hat sicher eine Nummer gemacht Wir können nur noch den Schrein updaten Und das... Waffenlager Och ino Waffenlager Waffenlager ich bin umschluss was immer noch schönes ich habe ein bisschen was erzeugt dabei wie ein feuerbalk ist das morxigrin fünf prozentige chance auf enthusiastisch nach dem besiegen eines feindes ja klar nebenwirkungen minus 36 prozent gesundheit du bleibst wo du bist in die schmiede etwas verkohlt und etwas übles flamm streuen weiter mehr treibstoff streufeuer oder bleibende verbrennungen also schaden auf zeit noch mehr treffen also weniger verbrauch denke ich mal das muss ich jetzt umschalten was ist das hier das kenne ich nicht mhm 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 das ist stunning out stunning ähm schmieriges spitzes aufwendiges scharfes raus so liebe leute wie es weitergeht sehen wir dann in der nächsten folge von bastion bis dann tschau